Was machst du eigentlich? Was sind denn hier für Leute? Crazy Peoples! Okay. Muss man dann alles von Anfang an wiederholen. Ähm, nee, du kannst quasi über jedem Gefecht kannst du speichern und dann so oft du willst nochmal das Gefecht neu machen. Oder halt wegrennen, je nachdem. Oder aufgeben. Aber du musst wirklich nur dieses Gefecht neu machen. Ja, diese Korruption hier macht es mir echt gut. Die Quests sind wichtig, Leute. Ganz wichtig. Und außerdem will ich in Horizon immer noch die 100% schaffen. Und ich habe festgestellt, das dauert ewig. Das ist echt heftig. So, lieber Speckus, was mache ich jetzt mit dir? Könnt ihr hier reinporten? Oder hier reinporten? Also entweder zu dem Blauen oder zum Grünen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Äh, ich muss da hin. Ich muss zu Grün! Bin ich dann im Ziel? Oh, wait. Okay, ey, ich speichere mal. Weil ich gehe mal in die Marschstellung. Ich weiß, ob das eine gute Idee ist. Richtig, ja. Wenn du Pech hast, ist halt eine ganze Armee weg, wenn du verlierst. Das ist halt ein bisschen... So, ich springe jetzt hier rein. Nein! Oh, kacke. Ich dachte, ich komme dann zum Ding raus. Zum... Da, wo ich hin wollte. Aber das hat letztens so geklappt, ne? Ich würde gerne nach Hause. Ich werde wahrscheinlich nach der Runde einmal laden. So, mal gleich laden. Also hier kann ich mich ja komplett heilen, aber ich komme hier wahrscheinlich nicht hin, bevor die mich angreifen. Dann bin ich wahrscheinlich tot, oder? Okay. Wir warten mal die Runde vom Runde ab noch und dann gehen wir da rein. Irgendwie. Anderen Teleporter. Das könnte ich auch probieren. Ja, da hast du recht. Wirklich Hausreiche. Welches ist denn noch einfach? Kann dieses Lanesh auch so easy und jetzt dieses Teensh? Ah. Voll schwierig. Meine Vermutung, ja. Ja. Wir sind gleich down. Aber sowas von. Deswegen von den zwei Armeen zerstört zu werden. Ja. Habe ich richtig verstanden. Wir könnten natürlich auch heim. Mit der anderen Möglichkeit, ne? Okay. Das war eigentlich jetzt fast noch schlimmer. War ich hier jetzt schon mal? Was mich halt ärgert, hier ist doch auch grün. Warum kann ich denn nicht? Ich lade nochmal. Ich nehme den anderen Weg. Gibt sich nicht viel, aber ich habe irgendwie die Hoffnung, dass ich, ähm, nach meines Grüne zurückspringe und dann beim Hauptding bin. Weiß es nicht, ob das geht. Ich muss dir vorhin mal kurz lachen nach dieser Reaction-Discord. Okay, ich gehe jetzt noch mal da rein. Marsch. Ah, so meinst du. Ja, das hätte er auch. Ja. Aber ich bin doch, ich bin nicht hier rausgekommen. Da oben rausgekommen? Ja, dann hätte mich nur eine gereicht. Aber ich denke, dass mich eine schon platt macht. Also, das, was du hier siehst, diese Verluste, die kommen von einer Armee. Also, vielleicht haben die auch keinen Bock, jetzt mich anzugreifen. Egal. Wir können ja dann laden und das Chaosreich verlassen und in ein anderes vielleicht dann gehen noch. So, jetzt Moment. Scheimgleister, der kommt ja. Ähm, Malwanst? Wo ist Malwanst? Malwanst, du musstest mal da ein Schnüffwort. Ich weiß nicht, was du weißt mit Reaction Disco. Ja, komisch, gell? Ich fand's gut. Oh Gott, dieser Bebel. Ich hab uns selber gemacht, aber ich find ihn so verwirrend. Äh, so. Schwarze Festung. Ah, hier haben wir gewonnen, genau. Da war ja was. Haben wir sogar gewonnen. Dann kann jetzt unser Moops Moopsi Moops dann hat sich jetzt den Turm der Qualen. Ha! Braucht ja ein Gegner. Das ist natürlich... Okay. Glaub ich, ähm... Tu den mal belagern. Wäre echt sinnvoller in dem Fall. Alter, wie viele Einheiten haben die denn da unten? Ach nee, das sind andere. Okay, die haben... Die Fraktion hat, glaube ich, nur noch diese Sauflecken. Aber und ich hoffentlich mal weg. Also beim nächsten Mal kann ich Elölfahne wieder wie wir den ersetzen. Die mag ich. Die Elölfahne. Die finde ich gut. So, Speckös. Speckös, Speckös, Speckös. Ähm... Da habe ich gesagt, gehe ich jetzt mal unten ein bisschen rum. Keine Ahnung, was wir denn... Loskosten. Wir werden bald eine neue Armee brauchen. Ich vermute, dass die Kampagne bald durch sein wird für mich. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Aber ich finde, für die erste Solo-Kampagne habe ich recht lang durchgehalten. Oh, er kommt alleine. Automals Gefecht. Oh, wir verlieren. Scheiße, jetzt muss ich selber auch spielen. Alter. Ich habe da keine Chance. Das brauchen wir eigentlich gar nicht probieren. Das E-Mode immer, der ist schon dumm Mensch. Es ist so schlimm. Was mache ich denn jetzt? Können wir eigentlich gleich laden, oder? Keine Chance. Ich glaube, wir verlassen mal das Chaos-Reich. 41 Zentimeter. Placid hat heute richtig lang. Ich glaube, 144. Der war gut. Es ist vielleicht ratsam, vorher einige Runden lang sich zu erholen, bevor man wieder gegen eine krasse Armee wieder kämpft. Grundsätzlich schon, aber ich glaube, den Chaos-Reichen ist das schwierig, oder? Weil du ja, dann fängst du ja wieder vorne in dem Labyrinth an. Ich weiß es nicht. Also ich muss auch sagen, ich habe nochmal nicht so Probleme in den Gefechten, aber gegen diese Tinsch? Ich habe sowas von Probleme? Ich weiß nicht, ob ich vielleicht einfach in ein anderes Chaos-Reich sollte. Wenn wir ganz schnell vorrücken, hätten wir Highground, aber der hat halt eh wieder diese Horrors und so. die ist nicht gewesen. Wenn sie so arg nach vor Hut stehen. Rechts und ein paar Links an der Ding vorbeiführen. Wenn wir essen, wenn wir essen, Es ist vorbei, Mann. Der Vorhut hier, oder? Okay, Fluggegner haben wir recht. Da sind aber bestimmt auch noch ein paar Getarnte dabei. Zuschläger, okay. Barriere, Barriere, Barriere. Okay, also Rüstung gepanzert sind keine. Ne Ahnung davon, kann ich verstehen. Das Spiel ist auch echt, äh, ein bisschen lecks, finde ich. 110er Rüssel. So gut. So gut. Ne, das liegt am Spiel. Ich kriege das irgendwie nicht hin, dass es nicht mehr leckt. Aber mir fällt auch langsam nichts mehr ein. Fenstermodus habe ich schon drin. Kann es mal ohne Fenstermodus probieren. normalerweise ist es dann schlechter. Man weiß ja nie. Nervt mich aber auf. Hä? Wie arg leckt denn das denn? Oh, cool. Zappel rum. Sorry. Ich halte das mal kurz bei. Gucken, ob es besser ist. Ne, ich bin ja jetzt voll Zeit verzögert, oder? Nochmal. Besser oder schlechter? Ist das besser? Der Pepe hilft schon, ne? Ist das besser? Also ich habe mit dem Spiel echt Probleme, was das Lecken angeht. Ich weiß noch nicht, warum. So, ich würde einfach vorrücken, weil die haben ja eh so viele Fernkämpfer dabei. Irgendwarten nichts. Warte, die Kriegsförner. Teure, machen sie. Achtung! Wir retten der Feinde greifen an. Wir retten der Feinde, ja, das ist noch das kleinste Problem. Das ist noch das kleinste Problem hier. Äh. Lügeln sind mehr das Problem, hätte ich gesagt. Oh, lieber weg. Geflügel. Irgendwas geht. Okay, die Geflügel sind, sind die auf beiden Seiten? Ja, die sind auf beiden Seiten. Da. Alter, wie schnell sind denn bitte diese Chaos-Furien hier? Scheint es besser zu sein. Ja, ein bisschen, oder? Also, ich lasse es mal so. Gerne nochmal melden. Bam, bam, bam. Wo sind denn die Fliegeviecher? Ganz ehrlich, wir haben eh verloren. Wir werden eh, ähm, nochmal neu laden. aus dem Bereich hier rausgehen, weil das wird einfach so nix. Mal eh einen Anblick, wenn der Speckus auch noch ein bisschen zaubert vielleicht. Hausritter, sind die nicht gepanzert? Panzer und Schild. Perfekt. Die hatten sich, glaube ich, getarnt. So, mach mal du ein Feuer, 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 Diggins. Ogres. Ogres. Scheint aber recht ausgeglichen zu sein. Ah, ist gleich vorbei. Gleich ist nicht mehr. Ah, nein, geht doch jetzt nicht auf meine, nicht auf die Bleisburg. Ah, Schiss halt's doch egal. Ja, guck mal, ich bin fast down. Wir haben hier noch hier Feuer, Dämonen und alles. Gibt es auch fliegende Einheiten? Leider. Ja, leider. Hier hast du solche, die Chaos-Furien. Die meisten fliegenden Gegner kommen aber für den Angriff runter. Also siehst du hier, die kommen runter. Dann erwischst du die auch mit der Infanterie. Und dann gibt es noch so Fliegende, die bleiben wirklich fliegend. Die sind dann noch fieser. Danke fürs Logan, Placy. Dankeschön. Da noch drauf. Ja, die Verschlinger gehen recht gut gegen die gepanzerten. Das ist das Geile. Das soll doch jetzt zu meinem Kanönchen. Arschis. Falls ich den Rest vom Stream verpassen soll, das sage ich schon mal vorsorglich bis Mittwoch. Bis Mittwoch, ich freue mich drauf. Es wird gut. Es wird gut. Okay, also rechts habe ich mich gut geschlagen. Wenn man jetzt nur rechts betrachtet, habe ich gewonnen. Können wir uns darauf einigen? Wäre das okay? Machen wir, dass man rechts alle fertig kommt. Oh, ich habe genau einen Bleispucker noch. Da kommen die Furien dazu. Das habe ich auch noch nicht verstanden. Was ist hier? Das ist immer wechselt. Aber egal. Oh, Spaßbogel, du. Kommt ja noch auf die Internet, Leute, an. Kommt noch drauf an. Okay. Also der Feuerball vom Speckos fliegt nur gegen die Leute vor mir stehen. Also das bringt schon mal gar nichts, wenn ich das einsetze. Aber wir haben uns einigermaßen gut geschlagen. So, wir gehen mal kurz ins Hauptmenü und laden. Muss es die vorletzte Runde, glaube ich, laden, damit ich rauskomme. Das auch. Ah, wird schon. Positiv denken. Wird schon klappen. Wird schon klappen. Nein. Jetzt laden wir nicht. Oh, jetzt den letzten Speicherstand. Ach, nee. Sorry. Wir müssen gleich nochmal in Ladebalken. Oh, Mist. Nice, ne? Habe ich gut hingekriegt. Finde ich auch. Sowas kann ich doch. Ja. Ich möchte laden, bitte. Ich glaube, 121 brauchen wir, oder? Nee, die habe ich manuell. Dann müsste es eigentlich die hier. Ah, nee, müsste es. Wusstest du, dass man die Texte im Loadscreen durchskimmt? Ja, habe ich heute schon ein paar Mal gemacht. Die hier meinst du, oder? Gott, heute steht da voll viel Text. Äh, gerade. Vorhin waren immer die so ein paar Aktionen erklärt. Wo ich mir dann dachte, oh, die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ich glaube, diese Orks oder was zu Quarks werden? Ich verstehe immer nur die Hälfte. Gut, Speckus. Willst du nach Hause? Willst du nach Hause? Ist durchqueren das Heim, oder? Ach, Mann! Stream Elements! Was ist los mit dir? Musst du der Spielstand sein, wo du es da schon macht? Könntest du recht haben. Könntest du recht haben. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wo ich mit dem rausgehe am besten. Ähm, ich glaube, oben habe ich keinen Riss mehr. Die habe ich alle geschlossen. In nächster Nähe, das wäre also nicht so geschickt. Da ist auch nirgends ein Riss, ne? Drüben erst. Ne, das ist auch doof. Okay, ich gehe wieder da rein, wo ich reinkam. Ah. Ist das auch noch Geld? Ist doch eine Sauerei, oder? Speckus, dir geht es schlecht. Kannst du ihn nicht mal laufen. Gut. Mupsi. Mupsi, Mupsi. Du wolltest hier eigentlich umkreisen. Bist du mal schön. Okay. Also das Problem ist halt, dass die diese nördlichen Provinzen gegen die ich so immens Probleme habe im Kampf, dich jetzt eh die letzte Seele hole, ne? So, eigentlich die Kampagne ist für mich eh gelaufen. Hab ich hier nicht irgendwo ein Lager gebaut? Ah, da. Das braucht noch eine Runde, okay. Okay. Das Problem ist auch, dass die langsam hier alle runterkommen, diese nördlichen Stübis. Ah. Irgendwann könnte auch wie folgt outen. Frohes Ogern von den Osterinseln. Ja, das stimmt. Frohes Ogern klingt auch gut. Hast du recht. Trickbeitreden. Ne, ich möchte jetzt gerade eigentlich nimmer. Kommst du schon nicht klar. Oh, was ist hier los? Was ist hier los? Ja, das ist hier los.